Gin & Friends präsentiert London Dry Gin King of Soho Paul Raymond mit dem Spitznamen The King of Soho war ein Unterhaltungs- und Immobilientycoon aus den 50er Jahren. Er spielte eine zentrale Rolle in der kulturellen und sozialen Befreiung der britischen Gesellschaft. London Dry Gin King of Soho wird im Herzen von London destilliert, nach den traditionellen Methoden aus 12 Botanicals mit einem einzigartigen Geschmacksprofil. Der Gin mit 42% und weichen Aromen von Wacholder, Koriander, Zitrusfrüchten und Grapefruitschalen, Cassia und Engelwurz verwöhnt jeden Gaumen. Untertitelung des ZDF, 2020